Viele Millionen Menschen in Deutschland leiden jährlich an chronischen Wunden oder schlecht heilenden Operationswunden. Für viele von ihnen ist die Belastung damit nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Wir können helfen. Denn mit PlasmaDerm haben wir die Lösung für eine optimale Wundheilung. PlasmaDerm ist unser innovatives Therapiegerät zur Förderung der Wundheilung mit kaltem physikalischen Plasma. Das Geheimnis? Das weltweit einzigartige, patentierte DICAP-Wirkprinzip. Es hat nicht nur eine antimikrobielle Wirkung wie alle Kaltplasma-Verfahren, DICAP kann noch viel mehr. Es fördert tiefenwirksam die Mikrozirkulation und fördert somit den Wundbereich mit mehr Nährstoffen und Sauerstoff, Gewebeflüssigkeiten können besser abtransportiert werden und die Zellmigration sowie die Kollagensynthese werden angeregt. Da PlasmaDerm das kalte Plasma direkt auf der Haut erzeugt, hat DICAP eine einzigartige Tiefenwirkung, stimuliert das Gewebe nachhaltig und beschleunigt damit die Wundheilung. Daher ist die Therapie auch für Menschen mit entzündlichen Hauterkrankungen, zum Beispiel Akne oder aufgrund der Tiefenwirkung auch bei Bewegungsschmerzen wie beim Tennisarm bestens geeignet. Die Behandlung ist schmerzfrei, einfach anwendbar und zeitsparend. Die Therapie kann nicht nur von Ärztinnen, Ärzten und Pflegefachkräften, sondern auch von Patientinnen und Patienten oder Angehörigen durchgeführt werden. Und dank unterschiedlicher Auflagen lassen sich auch große Wunden wirksam und schonend behandeln. PlasmaDerm ist als zertifiziertes Medizinprodukt absolut sicher. Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit. PlasmaDerm verbessert die Heilung und damit das Leben. Überzeugen Sie sich selbst. PlasmaDermost. 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 PlasmaDermost.